Ich habe alle verloren, die ich je geliebt habe. Dann haben sie mich eingesperrt. Und es gab keinen Korn vor dem Schmerz. Ich muss hier raus und ich werde von hier abhauen. Hier sind überall bewaffnete Wachen. Und wenn du was merkst, sind wir tot. Wir sind doch längst tot. Du hast Angst, das musst du nicht. Um in dein eigenes Paradies zu gelangen, lass einfach los. Die Welt, die du dir gerade vorstellst, in ihr hast du die Kontrolle. Wonach suchst du? Nach einem Ausweg. Ich helfe dir, dich zu befreien. Du musst fünf Gegenstände finden. Der erste ist deine Karte. Dann Feuer. Dann ein Messer. Und einen Schlüssel. Der fünfte ist ein Rätsel. Beginn deine Reise. Sie wird dich befreien. Er weiß, was wir machen. Das ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Wenn du für nichts kämpfst, wird dich alles besiegen. Das ist dein Rätsel. Wie macht das? Die Folge des Geistes. Wir sind ein Rätsel. Das ist sie lone zu. Untertitelung des ZDF, 2020